So, wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Preview-Video hier zum neuen EA Sports WRC-Spieler, den wir ja in unserem letzten Video schon mal unser eigenes Auto erstellt haben. Da dachte ich mir, gehen wir heute natürlich noch mal ein bisschen weiter in schöne klassische Rallye-Action. Und was passt gut zusammen? Als ein wunderbarer Subaru und Finnland. Ja, ist richtig, Finnland ist sehr WRC-mäßig, muss man mal ganz klagen. Und Subaru, aktuell nicht mehr so sehr, war es aber mal. Und ich hoffe, dass sich das auch irgendwann in Zukunft mal wieder ändert. Das wäre ziemlich cool, weil ich liebe diese Marke, wie euch vielleicht in dem einen oder anderen Video aufgefallen ist. Ich verstecke das ziemlich stark, muss man sagen. Und es gibt die WRC 1997-2011er-Klasse in dem Spiel, die ein insane Fahrzeugportfolio hat. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, was für geile Buden hier drin sind. Sowas wie ein Seat Cordova. Wie geil ist das denn bitte? Davon werden wir jetzt heute keinen fahren. Natürlich, wenn das Spiel rauskommen, könnt ihr euch freuen. Es ist ja nicht mehr so lange bis zum Release vom Spiel. Da wird es auch ein Let's Play davon geben und es wird auch ein paar extra Videos geben, wo wir halt dann mal uns durch die ganzen Kuriositäten der Fahrzeugauswahl kloppen. Weil hier gibt es ein bisschen coolen Stuff. Aber mein Subaru jetzt muss Subaru fahren. Und deswegen nehmen wir diesen wunderbaren Subaru von Petter Solberg. Nämlich ein 2001er WRC-Impresor. Nicht der beste Impresor. Der beste ist natürlich, also nachdem hier, der ist der beste. Danach kommt der Blob ein. Also eine Generation, wie ich habe. Die haben wir leider nicht im Spiel. Ich hoffe, dass das vielleicht irgendwann mit Up-Bit sich noch ändert. Ich meine den Backei, aber der Blob-Bit ist nochmal... Das ist Peak-Subaru-Technik. So, möchte ich mal kurz gesagt haben. Mal kurz mein eigenes Auto loben, unabhängig davon. Den fahren wir heute, wie gesagt, im wunderbaren Finnland. Und diesmal auch live dabei. Also diesmal mit meiner Stimme an Bord. Letztes Mal habe ich euch ja alleine mit dem Gameback gelassen. Hey, willkommen bei der Sektorallye Finnland. Bin gespannt, was du hier zeigen wirst. Die Strecke ist eine absolute Achterbahn. Jede Menge riesige Sprünge und uneinsehbare Kuppen. Und, und das ist der witzige Fun-Fact, ich blende mich gerade mal aus, guck mal hinter mich. 22,9 Kilometer feinster Finisher-Shotter. Ja, wir haben eine der langen Etappen. Es gibt teilweise noch über 30 Kilometer im Spiel. Also 22,9 Kilometer ist für das BAC-Spiel noch kurz. Ihr könnt über 30 Kilometer Etappen fahren. Heißt, das bumst richtig mit eurem Kopf. Freut euch drauf. Ich werde mich jetzt gleich während des Fahrens trotzdem ausblenden, weil dann habt ihr ein bisschen mehr vom Gameplay. Und ihr seht mein absolut angestrengtes, konzentriertes Gesicht nicht, weil ich mich die ganze Zeit auf meinen Beifahrer konzentrieren muss, während ich wieder nicht versuche, misszubauen. Falls ich missbauen sollte, seht ihr das Schadensmodell. Ihr habt ja, letztes Mal habe ich ein paar Kunden dabekommen, die Leute vom Schadensmodell ein bisschen enttäuscht waren. Das ist immer noch gut, glaubt mir. Wenn ihr Deut-Rallys habt und nur Schadensmodell gut fährt, ist immer noch so. Ich kann WAC-Autos bis aufs Kernblech zerlegen. Ist schon ganz geil. Also nicht deformieren, sondern es fliegen ja viele Teile, aber ist trotzdem nice. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal rein in diese wunderbare Rallye. Ich bin diese Etappe noch nicht einmal gefahren, also dementsprechend, wenn es jetzt katastrophal komisch wird. Ja, dann wisst ihr warum. So, ich würde sagen, wir gehen rüber. So, dann wollen wir mal. Wie gesagt, ich bleibe nicht aus, weil, wie gesagt, mein Gesicht ist jetzt nicht schön anzusehen. Und, ah ja, kurzer Hinweis. Es ist nicht Maximum-Grafiken-Entstellung, weil ihr auch ein paar Kommentare kamen. Wir sind auf hoch. Es ist noch eine Pre-Release-Version, die ein paar Wochen alt ist. Performance ist mittlerweile optimierter. Deswegen muss man da ein bisschen reduzieren, damit wir natürlich eine Steady-Frame mit haben, weil das ist am wichtigsten. So, dann gucken wir mal, was der sowieso kann hier im wunderbaren Finland. Der Rallye mit den... Ich glaube, meistens sprüngen ist es scheinlich. Also ich glaube, dafür ist Finland ja mit bekannt, dass man ein bisschen auf abhebt. So, jetzt halte ich mal ein bisschen meine Backen und konzentriere mich ein bisschen aufs Rallye fahren. Geht schon gut los. Ja, machen wir ganz gut. Das ist halt ein bisschen begradigt. Das muss so. Fitt man das hinten linke ist auf jeden Fall besser. Selke steht es ein bisschen weiter außen. Ungewollt. Naja, was soll's. Naja, kleiner Sprünge. Kleine Sprünge sind im Finnland trotzdem schon große Sprünge. Wir sind doch mehr ehrlich. Finnland hat einfach ein anderes Maß von groß. Hahaha. Das war knapp. 60. Vier rechts, 50. Hahaha. Ich hab ein bisschen schüttelig, schnell durchzuballern, weil ihr echt viele Objekte neben der Strecke sind. Mein Gott, der gab's. Oh. Ja. So, für das Thema Schamensmodell. Möchten wir nicht sagen, dass wir den Reifen vielleicht mal wechseln sollten? Kann man das nicht. Man müsste doch eigentlich einen Reifen wechseln können, oder? Ah ja, können wir. Okay, wir wechseln mal ganz kurz so einen Reifen. Das kostet natürlich eine Strafe, aber ich zeig euch trotzdem mal das System. Zack. Ihr könnt jederzeit während der Rallye euren Reifen reparieren. Kostet 90 Sekunden Strafe. Also die Tappe ist damit natürlich verloren in der Mannschaft, warum ich über das Gefühl. Aber die Wahrscheinlichkeit ist in dem Wagen noch mehr zerlegt mit einem Plattenreifen. Ist gegeben. Ich drück's mal so rum. Aus. Aber auch schön, dass ich nur die linke Seite des Fahrzeugs immer beackere. Die Stoßstänge fängt schon an runterzuhören und die Rückleuchtung ist ein bisschen bestätigt. Die Platten hatten wir auch schon die klassische Finland-Experience, würde ich mal behaupten. 60. Komm, 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 komm. Nicht weit raus. Komm rüber da jetzt. Ich habe versprüngen. Ich habe echt Angst, bin ich ehrlich. Oh, ein bisschen mehr drüber. Nein, nein, sorry. Ich will euch nicht. Ihr bin gefährdet. Alles Gute. Macht sich keine Sorgen. Wie es zu bauen, wie es zu hell auf euch zugefahren ist. Das ist alles im Rahmen. Das war zu schnell. Oh, das ist zu schnell. Rally, wo jede Kurve so in ihrem Misserfahrung ist. Hier haben wir in den Innenraum. Sind wir hier auch da ein bisschen? Die Klang ist bei uns ab. Beim Innenraum, finde ich, hört man sehr, sehr schön den Schotter und die Untergründe, die ans Auto knallen. Das finde ich ganz geil umgesetzt. Bremsen? Warum bremsen? Wir finden dort flat out, sagte mal ein bekannter Rallye-Fahrer. Wisst ihr, was ich meine? Ja, man hatte schlecht recht. Der hat die Truth gespoken. Wir haben gefühlt nicht mal ein Drittel dieser Etappe rum. Und die Karre sieht jetzt schon aus. Hätte ich schwerwiegende Sachen damit getan. Und falls sich jemand fragt, warum klingt der Subaru nicht so boxermäßig? Das tun die Rallye-Autos im Allgemeinen bei den Subis nicht so sehr. Da ist ja leicht andere Technik gefahren. Und sobald der Krümmer nicht mehr ungleich ist, ist er auch nicht mehr so viel geblobber, möchte ich euch ganz kurz sagen. Deswegen klingen auch japanische STIs nicht so, wie ihr es kennt. Sondern die haben halt gleich Krümmer und dann ist das Bobbern deutlich reduziert. Weil es kommt hauptsächlich vom Krümmer ab. Ui, 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 ui. Nicht auf die Seite legen, nicht aufs Dach legen, das muss nicht sein. Also du, das hatten wir letzte Folge, wir müssen das nicht ein zweites Mal machen. Das wäre die Statistik ein bisschen hardcore. Das geht aber eher bergab, Junge, Junge. Kriegt noch schönen Schwung drauf. Eine Sache nicht ein, weil ich nicht möchte. Ich möchte nicht schnell werden. Ja, okay. Einmal ganz kurz hier ein bisschen die Kiesgrube ein bisschen genauer angeschaut. Alles gut, meine Leute. Die Arbeitssicherheit sieht gewährleistet aus. Ich mach da mal weiter, ne? Schönen Tag noch. So. Haben sogar aufgeholt. Aber gut, ich spiele auch auf niedrigen Spiel. Das muss man fairerweise sagen. Das soll jetzt nicht sein, jetzt habe ich ein krasses Skill. Nein, habe ich eindeutig nicht. Wo ist der Schwung? Hat der hier? Uh, 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 Sprung. Ja, sehr schön. Schön, vorher ein bisschen ansetzen, in die Kurve schon reinspringen. Man muss sich ja schon ein bisschen vorplatzieren. Deswegen, wenn man seinen Korkomentator braucht, äh, Korkomentator, 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 der eben ein bisschen erzählt, wir gehören, da kommt ein Sprung, danach direkt eine Kurve, vielleicht schaumst du mal ein bisschen quer da rein. Weißt du, wie ich mein? Und dann mache ich das nicht und dann überschlagen wir uns und dann beschwer ich mich natürlich trotzdem bei meinem Co-Pilot und sind wir fairerweise ehrlich. Natürlich, irgendwer muss ja dafür eigentlich kommen. Wow, okay, das steht ein bisschen massiver gewesen, deswegen nehmen wir es mal nicht mit. Wir lassen das mal außen vor. Hier, ah, ja. Schön hier rum, wunderbar. Drei rechts über Kuppe. Uhuhuhu, hier ist ein... Der Präschung, da soll ich nicht hochfahren. Das erinnert immer meist in einem doofen Überschlag. Das fällst du aber so, so gut mit Controller. Also, ich habe der Ready 2.0 ja auch recht viel gespielt, aber da ich ja ein Controller-Boy bin, ich hab zwar noch ein Denker, aber ich fühl mich am Controller einfach wohl an, aber das war ich ja natürlich ein bisschen abgetan, weil der Ready 2.0 nicht unbedingt Controller-Affines. Und ich weiß nicht, was ich hier an der Fahrweise geändert haben, aber es spielt sich mit controller wirklich gut also ich kette er stehe ich natürlich wunderbar zwischen den bäumen überhaupt weg ja das kann sie jetzt ein bisschen dann weiter sich auch mit zehn von zehn eingeparkt hier jetzt mit gruppen das tempo was ich hier fahre also war natürlich ein perfektes beispiel ist danach nicht vollkommen verbrennen soll das tempo und ich bin sehr schön dass sie für das wertspieler nochmals über arbeit haben weil ich weiß ja unter euch und auch unter den konsolenspielern vor allem sind sehr viel die ja kein lenkrad haben und natürlich reifen panne weiter habe ich noch ein ersatz reichen habe ich nicht mehr wir haben kann ersatz reifen mehr stimmt man hat ja nur ein noch elf kilometer was soll passieren scheiße dementsprechend ist natürlich schön dass das spiel was ein bisschen der bt die fanbase recht groß ist dann auch so ausgestattet ist auch leute die halt jetzt nicht die krasse system der welt sind trotzdem spaß und spiel haben können und das spiel trotzdem natürlich die simulationsaspekt hat es ist trotzdem tricky gemerkt ist aber man kann trotzdem mit fahrheben und so trotzdem recht gut einstieg was ich sehr schön finde ohne dass halt kompletter kate abklatscht der wac lizenz wird wo man trotzdem merkt dass ja die jörg für sich hier drunter arbeitet ja ja die nächsten elf kilometer werden jetzt schön bald für eure ohren wenn meine alufelge langsam aber sicher den schotter vor sich erschiebt bin ich froh dass wir eilrad haben mit heckern die brav von der jetzt scheiße da bin ich hier trotzdem mit dem dinge zu schnell durch sprüge das wird das wird das wird aber ihr wollt das schadensmüller ja sehen so da habt das da habt ihr euer schadensmüller ich hoffe ihr seid jetzt happy beim brenzern über sind natürlich supergeil wenn man vorne noch ein reifen hat da ist ein krippniveau so eine 10 von 10 60 na komm jetzt bleibt natürlich trotzdem vordern voll am gas ne coli mcg hatte ja schon recht gas gehen kann ich auch noch später die bremse halt überhaupt nicht ja danke für nix die bremse hat nicht mehr so aktiv am arbeiten wenn man vorne wie gesagt auf metall bremst das hat nicht so hast so eine krasse verzögerungswirkung weil die bremse packt natürlich aber ja der schotter und die metallkante werden sich nicht einig über ein entspannteres krippniveau nicht weiter raus zerlegt die karre noch rein weil ich sage euch das wird hier eine richtige folge letzte woche wie gut lukas fährt richtig krasser skill ja da war noch 20 jahre training vorher gefühlt mit 20 mal diese etappe greife ich nicht aber kommt nicht zum stehen es ist wirklich schatz da muss mehr voll send kommen aaaah 150 geräuschkulisse ist auch wirklich richtig bald aber das ist richtig angenehm ich habe gar nicht die nacken haare auf das ist ein ganz schön schnell abschnitt perfekt um damit drei reiben durchzuschallern alles gut ja ja mach ich nicht mach dir mal keinen stress dafür dass wir gerade treiben waren erstaunlich noch mit mir selbst zufrieden also das ding links absolut indirekt und über die bremse müssen wir nicht reden naja du fängst das schild schon ein bisschen starker bist du super machst du das weiter jetzt schön da noch ich muss die handbremse bei links kommen halt wirklich hart wird weil ich ist halt nicht ein weg will ach komm nicht geradeaus lenken scheiß blöde stadt felge anu felge was auch immer welge halt ein größerer freund von reifen auf meinen felgen man muss auch sagen ich habe auch den extremen schaden anders und reiben schaden passiert auf dem schaden modell natürlich höher schneller man kann auch normalen schaden aktivieren dann hast du nicht so schnell reiben schaden aber naja ich finde es interessant das gehört ja schon dazu zu rallye dass man sein reifen macht jetzt ne wisst ihr mich mal 60 kleiner fehler und da ist der reifen und direkt mal schnitzig schnitzig mehr ist da mittlerweile verliere ich leider zeit kurve geschnitten kommen kommt man muss noch genug lenken dann kriegt man den reifen von hoch gehoben hat die felgen nichts zu melden ich muss nur den wissen den passenden winkel fahren dann fahren auf drei reifen 좋well komplexe versucht obwohl ist recht wie kriegt jetzt ist gar kein grepp von jetzt Leider kann die Felge nicht ganz abfliegen Mir wäre es cool, wenn man sie sich irgendwann ganz zerlegen würde Aber seien wir ehrlich, wenn ich das Tempo nicht fahre, müsste ich irgendwann auch das Alu ein bisschen klein verteilen Aber nicht desto trotz Oh Oh Ich bin nicht letzter, möchte ich betonen Ich weiß nicht, was bei dem anderen Job passiert ist, aber anscheinend nichts Gutes Ich hätte den linken Reifen auch einfach kaputt lassen sollen Es wäre schön, das wäre echt geil geworden Dann hätte ich das ausgeglichen vermutlich Ich glaube, so funktionieren Autos Oh scheiße, oh Gott, oh Gott, oh Gott Rückt euch hinten rechts, hat sich jetzt auch veranschiedelt Hoppala, ja ja Vier Taylor, das ist doch ein Trend, ne Finde ich gut Ich hab mal kurz das Glas Ich dachte mir hat gerade noch ein Reifen gefällt, aber die Fake klang einfach nur bei Vollgas in der Linkskurve Ein bisschen aggressiver Ah, noch ein Platz aufgeholt Ey, wir sind hier on a roll Das wird's noch, ich sage euch Was wird es? Oh, 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 oh Zu viel gewollt, oh Gott, viel zu viel gewollt Eieiei Ja, was liegt da jetzt alles? Ne, alles gut Oh mein, Kumpflügel fehlt Hoppala Der Kumpflügel, ja, 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 der Kumpflügel, ja, ist doch gut Habe ich da vorne mehr Platz für wenig Reifen Scheiße Ja, ich wollte gerade zu viel, ich weiß Für war es das jetzt auch nicht mehr im besten Zustand, laut meinem Tacho rechts Alles gut, wir sind aber gleich im Ziel Oh nein, oh Alles gut Andere Kumpflügel sind auch demontiert Ich bin Fan von Symmetrie, habe ich das schon mal erwähnt? Okay, das ist eine Zeit von 15 Minuten, 50,3 Ich vermute nicht gut, würde ich behaupten Ei, 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 das klingt wirklich Moi, moin Leute, da bin ich 10 von 10 Experience, wagen sieht wie eine 1 aus Dankeschön Wie gesagt, ich finde das Schadensmodell doch, es ist ganz gut Also Ich würde sagen, es gibt hässlichere Schadensmodelle Also vor allem mit Lizenztitel, muss man ganz klar sagen Sieht man auch, was die anderen für Fehler hatten? Ich bin mittlerweile vorletzter noch geworden Aber Ey Nicht letzter Ne, wir sind nicht letzter geworden Das ist der wichtige Punkt Sind die Kleinigkeiten Ist ja auch schön, dass wir so endlich das Bild sehen Wo der Wagen so wieder in den LKW eingeladen wird Und das Team sich gar keine Mühe gemacht hat Irgendwas dazu ändern Wir laden den genauso ein, den Bums Das hat er sich selbst eingebrochen, die Scheiße Das kann er Das kann er sich wohl hier Das kann er wohl selbst auslöffeln Mit diesem Fahrer möchte ich mir nichts mehr zu tun haben Mit diesem Wahnsinnigen So, geh mal in die Wiederholung mal rein Bebergen wir das UI Und schauen uns das gerade nochmal ein bisschen an Dieser Innenraumklang, muss man wirklich sagen Ist wieder, auch von außen, eine 10 von 10 Und das macht dann wirklich Bock Wie gesagt, Grafikerstellen nicht, Maximum Da geht noch mehr Da ging es schon los Da habe ich schon das erste Mal gezeigt Wie schön die Schadensmodelle ist Wie schön man seinen Seitenteil nach innen bewegen kann Um den Reifen mehr nach außen zu bewegen Das ist eine Mindsetfrage Wenn man sagt, mit Fitment passt nicht Spurplatt Nein, Hammer Es ist einfach die einfache Methode Dann auch hier noch ein, zwei Ausritte Und ich will euch eigentlich auch noch gerne Gruppe B Video bieten Mal gucken, ob ich das noch als nächstes mache Ich weiß noch nicht, wie ich das seelisch hinkriege Weil die Gruppe B-Fahrzeuge sind wirklich Krieg Also dagegen ist das hier gerade Kindergarten gewesen Die sind wirklich Krieg-Experien beim Controller Aber irgendwie wer das hinbekommt Macht aber ultra Bock Wie gesagt, ich habe richtig Bock, wenn das Game rauskommt Werden wir auf jeden Fall die Karriere spielen Auf jeden Fall Ob es auf YouTube oder auf Twitch kommt Kann ich euch noch nicht ganz sagen Da muss ich nochmal schauen, wie ich das hinbekomme Aber es wird auf jeden Fall Soweit das fertige Spiel auskommt Noch einige mehr Videos geben Wo wir halt dann Ja, die ganzen Special-Fahrzeuge schauen Weil wie gesagt Die Fahrzeugeauswahl vor allem der Klassiker Da war der erste Reifenschaden Ist wirklich super, super nice Muss man sagen Die Klassiker-Auswahl ist wirklich, wirklich, wirklich geil Und da müssen wir auf jeden Fall mal reinschauen Und Da mache ich hier schön meinen Reifenwechsel Da geht es einfach ganz kurz hier Zack, nur ein Reifen irgendwann Ah, okay Ich dachte, er wartet jetzt wirklich nach drei Minuten Tut er nicht Aber ich zeige dir Also jetzt springt weiter Und Wie gesagt, wunderbare Erfahrungen Will ich raus für dieses kleine Video Wenn es euch gefallen hat Lassen wir uns gerne einen Daumen rum Da würde ich mich sehr über freuen Wir sehen uns noch Die Tage jetzt bei einem der dritten Dritten WRC-Video 1 Mach ich noch Da gibt es noch ein bisschen Inhalte Und Vielleicht mit ein bisschen weniger Skill-Issues Aber ich muss euch auch zeigen Wie ich wirklich fahre Ähm Beziehungsweise, wenn ich weniger rede Dann wäre ich auch mehr Konzentration Ihr wisst, wie es läuft Ihr wisst, wie es läuft Hat Spaß gemacht Ich werde damit aber wieder raus für dieses kleine Video Bis zum nächsten Mal wieder Bis dann und Tschö, tschö Bis dann